wir sind nördlich, südlich, westlich, östlich, wenn du vorne auf den hangar guckst, also in den hangar rein, dann sind wir südwestlich, also links daneben und ein stück weiter unten, also südwestlich irgendwie, in so kleinen, in dem Dorf drin, da hinten. Also wir sind nördlich vom airfield. Wir fahren jetzt gerade einfach runter, wir treffen uns einfach an den hangars, okay? Oder am Tower. Warte mal, hier bei dem Panzer wird das Smoke Grenade angezeigt. Ja. Aber kann man nicht aktivieren oder wie? Doch, bestimmt. Versuch's doch mal. Also hier ist eine Leiche, lol. Geil. Ja, wir haben gerade Rauchgranaten gezündet. Wie ist es gehört? Ey, das ist doch mal ne richtig geile Heli-Abwehrführer haben wir noch. Keine. Boah, nee, oder? Ich wollte... R direkt drück R. Ah, ich sehe euren Rauch. Warte mal ausprobieren. Okay, lass mich mal hier raus, ich will mal kurz hier in den Tower gucken. Was steht denn da für ein Wagen? Lass mich mal raus, ich möchte in den Tower gucken. Danke. Wie füllt man die Smoke Grenade jetzt wieder auf? Ey, warte, warte, ich bin hier auf dem Feld. Warte, ich will das Tier vor mir umfahren. Ey, ich glaube die Smoke Grenades kannst du auch... Ich weiß gar nicht welche, der benutzt. Wenn ich das wüsste, dann könnte man es eigentlich schauen, weil du kannst auch das Heli-MG auffüllen. Weil wer schießt? Hu 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 hu. Alter, ich habe euch hier hinten gehört, ne? Ich habe auf dich geschossen. Auf mich? Ist da keine Kugel neben dir eingeschlagen? Nö. Dann war das ein anderer Spieler. Ohne Witz. Ich habe immer auch... Willst du mich verarschen? Ich stehe hier hinten auf freien Feld und mache QE. Was bist du? Hinten auf dem freien Feld. Ich komme jetzt von den Hangars. Äh, nordstlich. Ja. Ich hoffe gerade und muss jetzt was essen. Du weißt schon, dass die keine 400 Meter Range hat, ne? Ach, geh doch weg. Ja? Soll ich mal schießen? Nein, ist schon okay. Dann leg mal deine Waffe ab. Wo ist eben? Mal kommst du gerade? Hinten auf dem freien Feld. Jetzt etwa ein kleines bisschen weiter. Ja, genau, geradeaus. Genau. Ne, jetzt. Bis weiter rechts. Ja, genau. Aber ich laufe mal ein bisschen weg, Freunde. Na, irgendwas Falsches gedrückt. Schuss! Äh, welch, ich beschiss. Leute, A-50, A-50. Leute, 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 Leute. Haut ab von mir, haut ab von mir. Die gehört von wo? Soll ich einfach irgendwo hinfahren? Von hinten bei den Hangars, bei den Hangars, circa hinter den Hangars irgendwo. Wo soll ich hinfahren? Gut, dann weiß ich Bescheid. Leute, ich bin auf dem Tower. Wenn du auf dem Tower bist, dann äh, ich versuche mal ein bisschen Ausschau zu halten, ob du irgendwas findest. In welche Richtung? Ist das alles gelb? Hinter den Hangars, hinter den Hangars. Mach ich. Alter, jetzt kommen die Zombies hoch. Dann töte sie. Wir wissen ja eh, dass wir hier sind. Wo fahrt ihr denn? Wo fahrt ihr denn lang? Ich, wir fahren gerade um den Hangar rum. Also, um den, ums Airfield. Wie viel Spiel hat das Fahrzeug noch? Alter, ich, ich hab den Schuss ganz leise gehört. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich auch nicht. Sie sind zu Meeren, auf jeden Fall. Wo, 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 aus welche Richtung kam das? Da, wo wir grad hinfahren, ist eine, äh, mit der A-50 und hinten ist eine mit dem Air. Ich seh euch, okay, ich seh euch fahren wenigstens schon mal. Ich hör'n Schuss, ich hör'n Schuss. Guck mal aufs Radar. LOL, LOL, wir wurden getroffen. Hier ist was rot. Scheiß, wir müssen weg hier. Von wo? Ja, ich weiß auch nicht von zwei Seiten anscheinend. Ey, wenn ihr mir keine Position sagt, kann ich euch nicht helfen, ne? Ja, ich kann euch nicht helfen. Wir sind grad genau hinter den Hangars. Ich weiß, wo ihr seid, aber ich weiß nicht von wo die Schüsse gekommen sind. Von hinten und von vorne, also die sind, die sind überall, eine DMR und eine A-50 auf jeden Fall. Ne, das war eine AK. Weiß ich gehört, ob eine AK oder AKM. Ich bin mir echt unsicher. Ich, ich bin tot. Was? Ja, A-50. Scheiße, Mann. Das war der Typ, den wir, äh... Der hat aber eine, der hat eine Schall gedämpft, ne? Das hast du mal richtig gehört. Eine Schall gedämpft? Die A-50? Ja, die gibt es eigentlich gar nicht. Das hast du richtig gehört. Ich habe nur so einen ganz leichten Einschlag gehört. Und das war's das. Äh, und von wo wurde er angegriffen? Ich wurde genau von, ähm, Richtung westlichen Wald. Ja. Genau ganz oben im westlichen Wald liege ich. Spawn mal Mike, damit wir vielleicht mal... Also ich würde gerne einen Täuber mitnehmen, aber... Könnt ihr vielleicht einen leichten Looten? Äh, äh, äh. Also, der hat uns... Der hat uns schon verdammt gut Damage gemacht. Ja, das war doch nicht... Was, was ist denn dieses... Dieses... R-T-R? Äh, das ist die rechte Kette. Oh. Lol, die ist gut. Trink mal kurz was. Also, wenn die... Wenn die kaputt ist, dann wirst du die irgendwann nur noch im Kreis drehen, weil du nur noch... Äh, wie... Leute, wurden wir getroffen? Lol. Ey, von wegen Westen im Wald! Was ihr labert! Ey, ich bin einfach im Norden runtergeklettert oder... Ne, warte, wo war das? Norden? Ich glaub im Norden runtergeklettert an der Wand vom, vom, äh, Tower. Ja, es waren ja auch mehrere. Aber ich wurde von der... Ich wurde von der... Ich wurde aber von der AS-50... Siehst du doch, ich wurde von der AS-50 getötet. Ne, das ist der gleiche, der dich getötet hat. Ja. Ne, aber ich wollte genau... Ich hab genau auf ihn ges... Also, genau in seine Richtung geschaut und dann kam der Schuss. Ne, vielleicht war es ein anderer. Von hinten, der, der dich abgeknallt hat oder so. Ne, das waren die gleiche. Bei mir stand ja. Twisted hat mich gekillt. Übrigens, ich bin in, äh... Ich bin in Elektro, ne? Ich versuch grad mal irgendwie hier irgendwie... Soll ich da mal spawnen? Lol. Ah, ich sollte... Lol. Ich sollte nicht mehr so viel rammen, wa? Äh... Spawn? Äh... Ja, ich würd sagen, spawn mal. Versuch mal hier bei mir zu spawnen, dann laufen wir mal durch Elektro zusammen. Also, wir sind jetzt knapp zehn Kilometer weg von Elektro. Ne, weil meine... Motivation... Geht mit solchen Ereignissen meistens immer so ein bisschen in den Keller. Naja... Und die geht dann immer noch mal wieder hoch. Zum Mike zu kommen. Wie lang nehmen wir denn hier eigentlich auf? Bisher so anderthalb Stunden. Ähm... Julian, kannst du mich irgendwie ein bisschen navigieren? Ähm... Ja, wo... Wo wollen wir denn hin? Äh, Elektro. Möglichst irgendwie auf der Straße. Elektro? Ja, okay, Moment. Aber... Klar, das war jetzt noch. Ja, du fährst richtig. Du fährst richtig. Ja, ich mein, dass man sagst, äh... Elektro. Sehr gut. Bist du? Elektro, ja? Ja, fahr mal gleich. Einfach, fahr mal erstmal die Straße entlang hier erstmal. Aber wieder am Wasser. Guck mal. Ja, ich bin, äh, in Drakon gespawnt. Also ich bin noch ein bisschen... Hier ist halt auf dem Sniper. Braucht noch ein bisschen, bis wir auf Straße sind. Übrigens, hier hatte ich deinen Rauch, den du meintest, ne? Jetzt sehe ich zwei Stück davon. Ja, siehste. Aber auch nur, dass wir entfernen und ich den seit etwa 400... äh 600 Meter so entfernen. Also man muss schon sagen, es sieht ganz schön ab hier auf dem Server. Auf jeden Fall. Ja, macht, macht aber auch mal Spaß. Ja, ich finde es macht auch nur Spaß, solange man auch Zeug hat und er gerade auf der Suche ist. Also wenn man es verliert, dann ist es immer voll scheiße. Das, das stimmt. Das stimmt. Da denkt man immer so, ach man, jetzt habe ich so lange Zeug gesucht und was ist davon übrig geblieben? Nichts. Und dann... Was ist das hier für ein Ort? Und dann, naja. Dann Spaß. Naja, das geht halt, ne? Deswegen wollte ich auch demnächst mal irgendwann einen eigenen Server holen. Weil wir halt auch eine eigene Station so aufbauen können. Für uns immer wieder ausrüsten können. Was ist da hinten? Alter, wie viel Tank ist das denn? Wie viel Liter sind das hier etwa? Ich glaube 80, ich weiß es doch nicht. 80 Liter! Oder 100. Was denn? Die Panzer sind richtig... Ja, die Panzer sind Spritsparende. Die ziehen gar keinen Sprit. Aber im Gegensatz zu echten Panzern kann das irgendwie nicht hinhauen, oder? Naja, das ist... Das ist... Ich glaube, echte haben so um die 1000, ne? Äh, Jürgen, kannst du mal kurz gucken, ob das was bringt, hier auf der Straße langzufahren? Oder soll ich... Äh... Ne, fahren wir erstmal querfield ein. Wir wollen gerne wissen, wie der genau getroffen hat, ja. Also ich glaube, mit einem Schuss auf der rechten Seite, dann... können wir laufen. Ne, dann müsst ihr wahrscheinlich... wirklich laufen. Oder schieben. Schieben, ja. Oh, lol. Oder ziehen. Wie so ne Kutsche, ne? Ja. Fabi vorne dran. Geht's los. Dürft schon passen. Da heißt's links 2, 3, 4. Oh, ja. Das kann ich mir schon lehhaft vorstellen, wie das dann gleich abgeht. Wenn man sich so vorstellt, wie Fabi dabei aussehen würde. Wäre viel schöner. Also ich will mal eigentlich gerne auf die Hauptstraße, Julian. Wie komm ich denn da hin? Äh... Einfach... Einfach den Nasen nach. Wenn du hier... Wenn du hier geradeaus hochfährst... Da hinten steht im Wald ein weißes Auto. Ich geh mal nachschauen. Ey, wenn selbst so ein Panzerfahrzeug irgendwie nach ein, zwei Schüssen kaputt ist, das macht doch gar keinen Sinn. Naja. Wofür gibt's denn dann... Wir waren ja schon... Wir waren ja schon gelb. Und ich mein, der hat ja... Der hat mindestens zweimal geschossen, hat bei uns getroffen. Weiß ich nicht. Aber einmal auf jeden Fall. Scheiße. Ja, die AS50 ist einfach viel zu überpowered. Egal bei welchem Sch... Äh, äh... Was ist das eigentlich langfahren? Boah. Schau mich wieder irgend... Irgend so ein Zombie von irgendwo. Ja. Von hier. Ach man ey. Die Zombies sind... Die Zombies sind voll unnötig. Ohne Witz. Der Straße ist hier. Naja. Sonst wär's halt kein Zombie überleben. Äh... Apokalyptische... Apokalyptisches Spiel. Ja. Trotzdem. Ohne Witz. Das wird auch demnächst dunkel hier, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Loll. Wohin hatte ich schon die Option Light On? Naja, die hatte ich schon heute Mittag. Okay. Äh... Man könnte sagen, ich habe Zeug gefunden. Toolbox, kleiner Rucksack, ne G17... Ähm... DMR-Magazine... Und... Alles auf ein Blick. Äh... Ne, ne. Alles in einem Auto. Ach so. Hallo. Ich habe gerade gesagt, ride in back. Und... Dürfste sogar fahren. Der fährt sogar. Hey. Cool. Wim, 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 wim. Los geht's. Aber der fährt nur noch so 20 oder so. Wo denn? Auf Gelände oder was? Ja. Jetzt gerade. Auf Gelände. Fährt das sicher nicht immer, oder? 20? Ja. Ne, ich fahr aber bike up. Wenn's normal Auto ist. So. Na gut. Da sollte der schon ein bisschen mehr schaffen, aber... Äh, warte mal. Wie, wie... Habt ihr jetzt schon geantwortet? Ich habe schon mal gefragt. Wie repariert man die rechten Ketten? Also was muss man dafür finden? Äh... Echt? Ja, ja. Nur Scrapmittel? Ja. Und halt eine Toolbox. Okay. Dann brauchen wir schon noch Scrapmittel. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal zu euch, oder? Also ich habe jetzt ein Fahrzeug. Wir können euch ja auch ein bisschen entgegenkommen. Ja, also ich komme jetzt aus Richtung... Supermarkt. Supermarkt bist du, okay. Mir wäre es ja lieber, äh... Schön, wenn wir mal nach Valotha fahren könnten. Ein bisschen Waffen suchen könnten. Bei Valotha, ja. Können wir meinetwegen auch machen. Aber der Tank ist halt schon im unteren Drittel. Also dann müssten wir demnächst nochmal irgendwie... Ne, ihr könnt ja eigentlich mal gucken, irgendwie, dass ihr... Im Industriegebiet und wie mal eine Jerrycan... Vielleicht ein bisschen zu Göttmittel findet. Wäre vielleicht ganz gut. Jo, und Jerrycan wäre nicht schlecht. Kommst du zur Unsere Feierracher? Äh, dann... Da bin ich gerade. Soll ich da noch kurz nach Loot schauen. So, schaust du gerade durch, oder? Noch nicht... Also jetzt... Ja. Gehe gerade rein. Ja, eigentlich muss schon was da sein, weil ich ja schon die Anzeige... M9 SD... Smoke Grenade. Jetzt habe ich vorhin meine ganzen Magazine weggelegt, oder was? Schlau. Von Spice Auto. Äh, 30Round AK und M203 Flare Green. Äh, lohnt sich alles nicht. Ähm... M203 Smoke, ein 200Round M249 Belt. Komische Shotgun Munition. Ähm... Bandagen... Ja, fahr mal ein Auto weg. Gern doch. Ich wollte eigentlich so gerne kurz wenden. Darfst du gerne tun. Das ist ja echt alt. Also wir dürfen hier nirgendwo, wir dürfen nicht irgendwie angeschossen werden oder sonstiges, weil sonst wären wir sofort tot. Jo. Ist ja hier nicht diese 15Round dabei. Ne. Keine 15Round. Ne, nur M9 SD sind. Und ne G17 ist hier drinne. Ne, die G17 würd ich mir gerne nehmen. So machen. Willst du doch noch die M9 SD Magazine? Ich hab rote Ping. Äh, ich hab schon genug. Ich hab keinen roten Ping. Wohl. Loll. Oh. Leck. Ja. Bei mir war auch... Ja, da hinten ist was englodiert. Zwei... Ja, der brennt. Jetzt ich auch mal rauch. Ja. Das werden wohl die Heli sein, oder? Ja. Das sind drei Sachen abgestürzt, oder? Wo seid ihr? Stimmt, das ist nicht Elektro. Warte mal, da ist... Äh, lol. Hey, das ist doch nicht Elektro. Das könnten fast die Helis sein. Der Heli von vorhin. Der könnte etwa hier sein. Wenn er so weit gef***en ist. Leck, hier sind zwei Autos. Warte mal, wir müssen gucken, ob da was drin ist. Wo seid ihr? Da ist ein Heli abgestürzt. Wo seid ihr? Jürgen, guckst du mal? Ey, soll ich nochmal in die nördliche Feuerwaffe? In den Autos, oder was? Da war ich eben schon. Äh, ja. Okay, wohin dann? Wollang? Entweder bei Lothar oder denen entgegen. Wo seid ihr denn, Fabi? Wo seid ihr? Äh, gute Frage. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, bei Lothar wäre ein bisschen besser für uns. Wir sind drei Kilometer von Elektro. Leute, da hinten, da hinten ist jemand, ne? Echt? Ich will...